Das Special der Peanuts aus dem Jahre 1966 beginnt damit, dass Linus einen Brief zum großen Kürbis schickt, welcher laut ihm, wie das Christkind, Geschenke am 31. Oktober an Kinder verteilt. Natürlich glaubt keines der Peanutskinder Linus und lachen den kleinen Burschen aus. Er beschließt daraufhin beim Kürbisfeld auf die mystische Figur zu warten, doch diese taucht nicht auf. Wer glaubt, dass Linus jetzt aufgibt, denkt falsch, denn er beschließt auch nächstes Jahr auf den großen Kürbis zu warten, bis er auftaucht. Es ist schon ganz schön lange her, dass ich die Peanuts das letzte Mal gesehen hatte und ich musste ganz schön graben, um eine Kopie des Specials zu finden, doch nachdem ich es gesehen habe, bin ich auf den Schluss gekommen, Die Animation dieser Specials von 1966, demselben Jahr, in dem Adam West zu Batman wurde, ist wesentlich besser als die Animation in den Filmation-Serien der 80er Jahre. Sie ist flüssiger, lebendiger und detailreicher. Na aber genug mit Filmation, kommen wir zu diesem Special. Das Special ist wunderbar, nicht gruselig, wie man es von anderen Halloween-Specials von Serien kennt, sondern wirklich eine Folge, die man nicht verpassen sollte. Es zeigt, wie sich Kinder an Halloween verhalten und wie Charlie Brown anstelle von Süßigkeiten einen Stein bekommt. Diese Szene hatte einen solchen Eindruck bei den Zuschauern der Erstausstrahlung hinterlassen, dass sie Kisten voll mit Süßigkeiten zur Zentrale des TV-Senders für Charlie Brown schickten. Doch das Special lehrt uns auch etwas Wichtiges. Haltet an euren Träumen und Glauben fest, wie es auch Linus getan hat. Denn nicht immer wird es im Leben so laufen, wie ihr es glaubt. Das Special bekommt von mir 5 von 5 bemalte Hinterköpfe von Charlie Brown. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.